schön dass ihr es geschafft habt begrüßen wir zuerst unseren neuen süden danke für die einladung ich freue mich voll neue leute kennenzulernen es fällt mir sonst irgendwie immer ein bisschen schwer aber warum hast du mich gerade süden genannt das gehört zu unseren spielregeln machte keine sorgen ist schon ewig tradition wirst sehen macht ihr bestimmt spaß wenn du das sagst aber was sind denn eure spielregeln erstens wie du schon weiß verwenden wir speziellen namen westen osten norden und süden dadurch wird das ganze spannender zweitens bei einer pflicht gibt es kein nein zu guter letzt und schließen wir einen pack warum nicht dann fangen wir an hast du schon mal ein brandmal bekommen seid ihr eigentlich komplett wahnsinnig ich kenne euch jetzt seit fünf minuten aber ich bin jetzt schon komplett enttäuscht damit macht man doch kein brandmal damit macht man brandmal ein 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 also bei dieser eine Minute eine Minute was das Gefühl des erstickens mag zuerst beängstigend erscheinen aber ich verspreche dir nach einer gewissen Zeit Stück für Stück für Stück befreit es dich spinnst du eigentlich was denn ich dachte wir hätten einen Pakt beschlossen ja euren Pakt das das bedeutet ja nicht dass wir uns umbringen müssen sie hat recht Pakt ist Pakt eine Minute ab jetzt I was tempted Tempted by your smile I was tempted And for a little while I was tempted That I will be the one to change you And you will be mine You will be mine Schön dass ihr es geschafft habt Begrüßen wir zuerst unseren neuen Süden Tempted by your eyes Tempted by your eyes I was tempted And between The promises The lies Just keep They just keep Dürfen you You you